Am zweiten Tag seiner touristischen Sommertour durch die Oberlausitz besuchte der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig am Dienstag unter anderem den Bertsdorfer See bei Görlitz. Neben der Präsentation von ersten erfolgreichen Ansiedlungen und Unternehmungen wurde er aber auch mit Problemen konfrontiert. Zu den großen Investitionen zählt die Insel der Sinne, das direkt am Wasser errichtete erste Hotel am Bertsdorfer See, das erst vor zwei Wochen eröffnet wurde. Schwierigkeiten hingegen gibt es wegen der noch immer fehlenden Schiffbarkeitserklärung. Arne Mückert, Geschäftsführer der Kommwohnen GmbH, sieht dadurch die touristische Entwicklung blockiert. Die städtische Wohnungsgesellschaft betreibt den Seehafen und will in einer Umgebung eine Feriensiedlung errichten. Auch im Resort Deutsch-Ossig geht die Entwicklung noch nicht wie gewünscht voran. Gastronomiebetreiber Ralf Richter forderte hier bessere Fördermöglichkeiten vom Freistaat Sachsen ein.